Ich wurde gerade von Nasti angesprochen, mitten im Laufen. So, ich schätze, wir machen jetzt eine Nasti-Mission. Jo. Also, ich wäre bereit für ein kleines Gemetzel. Wie steht's mit dir? Okay, gehen wir auf Zykloppenjagd. Nichts lieber als das, komm mit. Okay, ausnahmsweise Nasti. Oh boy. Ich hab's mir doch anders überlegt. Ich will doch nicht Zykloppenjagen. Scheint so, als würden die Gerüchte stimmen. Zwei fette Zykloppen, komm schon. Die stehen da wie auf dem Präsentierteller. Warte mal, wir sollten uns erst einmal... Ich will nicht warten. Holen wir uns diese Höllenmaschinen. Den Letzten beißen die Hunde. Nichts, nicht, 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 nicht einfach reinglaufen, bitte. Okay, Nasti wird's schon regeln, oder? Das sind meine Granaten. Hier, los. Ich mach da kaum Schaden. Oh. Ich hab mir mehr Magazin... Magazin, ich werde... Ja, und das war's mit Nasti. Handgranaten. Jetzt brauche ich eine Heilungseite. Verdammt. Verdammt. Kann ich schnell sein? Da kann ich schnell sein. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Hier. Okay, sie haben gewartet. Ich hab mich da gerade in den Rücken geschossen. Ist doch nicht der Zyklop, oder? Nasti stört einfach nur rum. Nasti scherzt dich. Scherzt dich kämpfen. Ist dein Fight, oder? Verdammt. Okay, dann hau ich mir halt auch Tränke rein. Nasti chillt einfach ihr Leben. Ach. Scherzt dich doch. Unglaublich. Naja, das macht es. Das war schlechtes Timing. Ganz schlechtes Timing. Der Geisterwolf ist besser als Nasti. Der Geisterwolf ist tot. Ich weiß nicht, wie sich das vorgestellt hat. Aber es läuft nicht gut. Okay, nochmal ein taktischer Rückzug. Sehr schön. Die geben mir doch Zeit, oder? Granatwerfer. Hier. Das macht nicht mal viel Schaden. Das macht nicht mal viel Schaden. Ich schätze, das war's mit Moni. Ja. Cool. Cool. Warten. Macht nicht mal viel Schaden. Das wird die ganze Episode dauern. Wie so. Ja. Okay. Ein bisschen was gibt's hier. Ah, das war's schon. Kontroll da. Kontroll da. Schätz dich. Ach, Gott. Was hab ich sonst noch in meinem Arsenal. Ja, mehr Mana. Und Geisterwolf. Ne, ewig lang Zeit da drin lassen. Anscheinend. Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Verdammt. Ah, Nasty. Verdammt. Was war... Auf was hab ich mich da eingelassen? Kronenkontrolle. Machtwelle. Heilung. Hab ich irgendwas zur Heilung? Eine Heilung hab ich hier. Oh, sie sind schon da. Wow. Oh, verdammt. Verdammt. Ich hab nicht mal mehr viel. Ich hab nicht mal mehr viel. Oh, boy. Ich hab nicht mal mehr viel. Ist das geil. Drohne macht gar nichts. Letzt doch. Das war's gleich mit meiner kleinen Krone. Und mit mir auch. Was hab ich da jetzt für'n Trank? Eigenleben-Trank. Okay. Okay. Okay, wir haben mal einen down. Oh, boy. Weiß, wie ist sowas von nutzlos. Und dann, Torloch drauf. Der ist doch schon tot. Was war's mit meiner Loot? Leer gelotet. Alle Tränke vorbei. Nesti liegt da. Oh, sie steht da rum. Sie macht eine Pause. Nesti macht wieder Pause. Oh, sie macht eine Pause. Gibt es eigentlich niemanden, der mich richtig herausfordern kann? Du bist lebensmüde, weißt du das? Sagt derjenige, der sich mit dem gesamten Eispalast angelegt hat. Warum tust du so etwas? Du gefährdest unser Leben mit so einem Verhalten. Und wenn schon. Für meinen Geschmack bist du viel zu zimperlich. Wir verschwenden unsere Zeit mit Nichtigkeiten. Wann kommt denn endlich der große Bums, den du mir versprochen hast? Es gibt einen Unterschied zwischen Effektivität und Größenwahn. Wenn ich mal viel Zeit habe, könnte ich ihn dir erklären. Mach, was du willst. Ich werde jedenfalls weiter nach einem würdigen Gegner für mich Ausschau halten. Und entweder du bist dann dabei oder eben nicht. So, und jetzt beenden wir das hier. Sonst könnte es passieren, dass ich dir einen über deinen Schädel ziehe. Ein würdiger Gegner wäre für dich, eine Stunde die Klappe zu halten. Klans Hammer! Wenn und was. Der ist zweihändig. Den will ich sowieso dir entsetzen. Ach. Ja. Das ist schwächer auch noch. Oh boy. Toll. Gute Arbeit, Nasty. Gute Arbeit. Sowieso eine Überraschung, dass ich diesen Kampf überlebt habe. Bin doch noch nicht so overpowered, wie ich gedacht habe. Oh. Steht da noch nutzlos herum. Mitkommen. Mitkommen. Gut. Geile Gegend. Oh, besser. Oh. Ha. Ha. Oh, wir sind sowas von leer gelootet. Alles, alles aufgebracht für diesen Fight. Hm. Ich sollte mal auf die Karte schauen, ob es irgendwas Interessantes gibt. Zum Erkunden. Erst schnell speichern, weil ich jetzt mal die falsche Taste drücke. Ist gut, ist gut, ist genehmigt. Eigentlich wollte ich Kaios Mission machen, wir sind mitten hier. Schaut noch nicht viel Interessanter aus. Hm. Wirklich toll. Nee, nee, danke. Nee. Lieber kleine Gegner. Lieber kleine Gegnerkraft. Braucht keinen großen Fight mehr. Wir haben die hier genug. Wir haben auch die Macht, weil er überlebt. Ich kann mir als nächstes gleich mal Wein kaufen, damit ich mehr Heiltränke wiederherstelle. Verdammt. Was ist das mit der Heilung? Ich habe gerade überlegt, ob ich nicht in den Heilungsmana-Trank investieren will. Ich habe nein gesagt. Aber ich muss sowieso was machen, damit der Wolf nicht so viel Mana verbraucht. Was geht hier oben ab? Fangen wir rauf. Ich muss jetzt schnell speichern, bevor ich es bereue. Ich habe noch einen fetten Fight hier aus. Gehst du denn endlich mal los? Gehst du denn endlich mal los? Ah, das ist eine fette Fight. Ich fühle mich, dass wir das schaffen müssen, dass wir das verlieren. Wer hat es gewonnen? Nein, das hat ich verloren. Wie heißt du? Nachtschatten. Nachtschattenjäger gibt es doch in voller Dach, oder? Oder irre ich mich da? Ich habe noch immer keine Kochstation mehr gesucht. Okay. Nehmen wir eine Magnesiumfackel. Mal schauen, was hier drinnen ist. Könnte ein weiterer Fight sein. Oder ein bisschen Loot. Wart sich er retten, werden wir wahrscheinlich finden. Ah, keine Presslufthammer. Gold. Verdammt, großer. Cage wollte ich sagen, Käfig ist nicht die richtige Übersetzung. Höhle. Höhle. Man, Cage ist Käfig, aber Höhle sind wie eine großen Höhle. Mit vielen Ratten. Aber lieber Magnesiumfackeln. Das ist schon eine fette Goldhöhle. Misty. Ratten und Goldhöhle. Ja, irgendetwas passt mit meinem Presslufthammer nicht. Ausnahmsweise dürft ihr Leben ratten. Gewöhnt euch nicht dran. Controller. Nein. Böser Controller. Der unpluggt sich wieder selber. Was der eigentlich glaubt. Was ist da denn? Was macht er denn? So was von nutzlos. So was von nutzlos. Verdammt, nasty. Ich will mal einen richtigen Fight. Dann gehen wir nicht K.O. mitten im Fight. Ich hätte Thomas lieber als Begleiter. Thomas die Kampfmaschine. Der hat wenn er nicht geredet. Wenn ich mit meinem Let's Play fertig bin, werde ich dann irgendwann mal eine Liste machen. Ein Ranking von allen Companions. Mit E-Tier und S-Tier Companions und Rex Companions wie Nasty. Aber wahrscheinlich in Englisch. Weil mein Kanal mehr und mehr Englisch werden wird. Schau, schau. Sie macht ja mal was. Und wenn ihr mal ein Let's Play geschaut habt, werdet ihr wahrscheinlich wissen, welche Leute ganz oben stehen werden. Jo. Der Fluss ist eigentlich ziemlich schön hier. Gefällt dir die Aussicht, Nasty? Alles okay. Könnte besser sein. Zeig keine Gnade, sage ich dir. Deine Feinde haben auch keine schlaflosen Nächte wegen dir. Wegen dir. Jo. Wie weit sind wir drin? Eigentlich wollte ich eine Kaya Mission machen. Schauen wir mal, ob wir das noch pink bekommen. Eine Kaya Mission. Oh, was glitscht denn da schon wieder? Weil ich eine nächste Mission habe. Lage der Mitte. Und Heiltränke wollte ich mir herstellen. Nee. Das könnten wir auch machen. Geld habe ich ja nicht wirklich. Darf ich mal in dem Bett. Wenn auch immer das gehört. Das ist mein Bett jetzt. Alles Bettend in Jacks oder so. Jo. Hast du Wein für mich? Schnaps hat er genug. Den brauchen wir auch später noch. Okay. Was brauchen wir eigentlich für Wasser? Was brauchen wir eigentlich für Heiltränke, kleiner Heiltränk, großer Heiltränk, mächtiger. Der Mahner-Tränk ja auch. Eigentlich hätte ich sie mir kaufen können, aber jetzt habe ich kein Geld mehr. Jetzt stellen wir sie her. Weil ich kein Geld mehr habe. Heiltränk. Machen wir einen großen Heiltränk zuerst, wenn wir ihn finden. Nein, nicht genug. Drei Stück. Verdammt. Wir können nicht mal viel herstellen. Heiltränk. Da fehlt noch was. Auch nicht viel. Mir fehlen nicht Pflanzen. Gibt sie nicht. Da ist nicht viel rausgekommen. Okay, wo ist Kaya? Schauen wir mal, ob sie was für mich hat in der Mission. Nein? Du, Ray, hast du was für mich? Alles noch dran? So gerade noch. Ah. Anscheinend können wir es nicht, dass die Hauptquests angehen. Fark sind wir fertig. Arx sind wir auch fertig. Crony. Midskommen. Crony sind wir auch fertig. Lagerfeuer. Hey. Ich wollte ja kochen. Besamt haben wir da viel. Arsch, Sofleisch, Suppe. Rottiger Burger. Dacke Knochenbrühe. Brauchen wir auch. Steakteller. Hildsetzer, Brot, Lärmende, Suppe. Ich würde nicht alles machen. 100 gebratenes Fleisch reicht wohl. Ich muss jetzt Zaubertrankersatz dann nehmen. Ich glaube, das war es hier so ziemlich. Dann machen wir die Hauptquest weiter. Das ist ja nett, mit dir zu plaudern. Überlebenswahrscheinlichkeit akzeptabel. Ich schätze, das war es hier eigentlich. Als nächstes kommt die Hauptquest. Wo, 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 wo. Yo, peace out. Ich schätze, das war es hier. Und dann nutzen wir. Und dann machen wir die Hauptrolle. Ich schätze, das war es hier. Aber irgendwann passt das!